Hallo, Attack on America, 9-11, soziologische Befunde aus dem Jahre 2001 und 2002, in monatlichen Heften erfasst und veröffentlicht, damals, heute, 10 Jahre später, unveröffentlicht, erneut vorgetragen hier für YouTube, mit dem Hintergedanken, dass die Menschen heute, sei es die damals nicht dabei gewesen sind oder diejenigen, die das nicht besonders interessiert oder die damals das mit Interesse verfolgt haben und auch inzwischen den Verlauf der ganzen Informationen und Propaganda mitbekommen haben, sehen können, wie sich das Bild der damaligen veröffentlichten Tatsachen unter Umständen verändert hat und womit das zu tun haben kann. Diese Beiträge sind also 10 Jahre alt, wurden damals so veröffentlicht in einzelnen Heften, monatlich und werden jetzt unverändert vorgetragen. Der Beitrag Nummer 15 aus dem Heft des Februar 2002, noch immer staunt Amerika, hat die Überschrift Global Cop. Global Cop. Am 11. September tauchte der amerikanische Präsident für viele Stunden offiziell ab. Die politische Führung reagierte und agierte. Auch aus zeitlichem Abstand von heute beurteilt. Perfekt. Erstens. Luftraumsicherung, militärische Alarmierung, Informationen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Lage, der Erfüllung der Notabwehr und der geplanten und emotionalen Notwendigkeiten, nationalistische und internationalistische Orientierungen, Vergeltungsbedarf, machtpolitische Fokussierung der US-Interessen. Zweitens. Die agitatorische Auslegung der kontrollierten massenmedialen Veröffentlichungen und Sprachherrschaft zum Anti-Terror-Kampf Hinsichtlich der Balance zwischen der Befriedigung der öffentlichen Meinung und den kurz- und längerfristigen taktischen Zielen im Rahmen des geistigen und stoffverändernden Spiels. Die USA präsentieren sich mächtig und sind nicht mächtig genug. Das Staunen über den 11. September geht weiter. Man genüge sich nicht selbst und ist auf andere angewiesen. Bin Laden sagt in dem Video von 1998 An Amerika und sein Volk richte ich nur wenige Worte. Ich schwöre bei Gott, der den Himmel ohne Säulen errichtet hat. Weder Amerika noch die Menschen, die dort leben, werden sich in Sicherheit wiegen. Bevor wir diese in Palästina erleben und bevor alle ungläubigen Armeen das Land Mohammeds verlassen. Friede sei mit ihm. Die New York Times am 19. Januar Kaida's greatest success has been the ability to use the tools and behaviors of ordinary civilian life to interrupt the conduct the conduct of ordinary civilian life. Rumsfeld sagt Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.12.01 Vielleicht fangen wir Bin Laden ja nie. Der Verteidigungsminister sagt und tut es. Der Krieg wird sechs Jahre dauern, also als Krone der zweiten George W. Bush Präsidentschaft inszeniert ungeachtet ob der sanftmütig blickende biblische Höhlenmensch längst tot ist das wissen wir nicht. Während die Presse in Washington Dr. Johnson des 18. Jahrhunderts zitiert nichts hilft beim Sammeln der Gedanken so wunderbar wie ein paar gut platzierte Bomben. Die Welt am 9.01.2002 Am 2.11.2002 fordern die United States Öffentlichkeit Opposition Regierung einmütig Endspiel in Irak. Der US amerikanische Isolationismus ist deutlich. Ich meine ich muss das hier kurz korrigieren hier ist ein Datum ein Zahlen Austausch das muss am 11.02. heißen also am 11.02.2002 fordern die United States Öffentlichkeit Opposition Regierung einmütig Endspiel in Irak bis dahin bei der Krieg in Afghanistan Der US-amerikanische Isolationismus ist eindeutig Das ist von mir damals die Feststellung aber heute wissen wir natürlich war das nicht Amerika alleine sondern der vielbeschworene sogenannte Westen insgesamt einschließlich Deutschland Gut das war der Beitrag Nummer 15 der letzte dieses Heftes hier noch immer schauend Amerika aus dem Februar 2015 Danke look